hallo meine lieben herzlich willkommen zum nächsten step ich bin bei den türen am montieren der charniere und ich habe euch ja schon in einem video einen trick 17 vorgestellt da waren ja so löcher denen ich ja durch die epoxy beschichtung hätte sie nicht zugemacht gefüllt hätte und danach hätte ich alles neu bohren können das habe ich natürlich nicht wollen und habe mir da eines einfachen tricks bedient nämlich ich habe silikon verwendet weil epoxy und silikon das stößt sich ab und das hat jetzt mal bei 99 prozent der platten hat das funktioniert bei zwei eben nicht so und was muss ich jetzt machen ich muss natürlich die löcher bohren und das lasse ich euch zu sehen hier bitteschön ist das ok momentchen ja ok so was mache ich ich lege sie irgendwo drauf wo natürlich unterhalb des frei ist und werde das jetzt einfach das wäre natürlich schon vorteilhaft wenn das funktionieren würde ich glaube ich nehme da den schmaleren das das staubt mir gar nicht dann schauen wir mal dann schauen wir mal gut und dann mache ich das ganz wichtig unten ja und jetzt habe ich natürlich diese tollen schrauben wo habe ich die zweite das ist jetzt ungünstig wo habe ich die dahinter gut so jetzt wissen wir diesmal ächseln so und die drücken natürlich nur so weit rein dass sie auf der seite dann diese scharniere hin tun kann dass diese gleich oben sind jetzt sollte man noch zwei hände mehr haben ok haben wir nicht das heißt hinlegen oben halten und da habe ich noch ein bisschen silikon das ist immer weg dann war wieder nett und werde es halt von unten machen was soll es so und jetzt hoffe dass das wunderbar funktioniert ist die erste platte keine ahnung aber ich schätze schon wieso soll das anders sein perfekt noch einmal umdrehen weil das hält sich schon also festmachen hat funktioniert so sieht das jetzt aus dran und gut gegangen so und im nächsten video geht es um die scharniere und ja step by step zerst griffe scharniere den ram bis zum nächsten video 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 bis zum nächsten